Moin Leute! Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge. Heute spielen wir Roblox BigPank Ball, also ein neues Spiel. Ihr seht schon, ich hab hier mal reingeschaut. Ich hab mir da mal überlegt. Das wird ein Video. Und ja, kann ich sagen, ich hab mir auch schon VIP gekauft, wie ihr seht. Dann wird wir auch eine gute Folge haben. Dann würde ich sagen, geht auch schon direkt los. Ich bin immer über Brot. Ich bin immer gut. Ich wundere, dass ich schon so gut bin. Ich hab hier auch schon mal reingeschaut. Also. Verdammt. So. So. Dann nehmen wir mal direkt weiter. Ich würd' mir, glaub ich, heute mal sagen, dass wir heute mal ein Stundenvideo von Roblox BigPank Ball machen. Seid ihr dabei? Das wird mich dann freuen. Oh mein Gott, ist so gut. Ich glaub, ich bin nicht überhaupt 10. Hm. Ich bin schon so lange gespielt dafür. Wow. Macht mir dann auch anscheinend so einen riesen Spaß. Oh. Oh. Ich bin schon mal. Tatsächlich bekommt man dann hier auch immer... Tatsächlich bekommt man dann hier auch immer... Geld. Ich denke, wenn man auch 4... wenn man auch VIP hat, kann man... bekommt man hier auch immer... Doppelt Geld. Am Wochenende ist natürlich noch besser. Dabei kann man 4-mal Geld bekommen. Das ist super. Und man kann immer mehr World. Drei World. Immer. Da bin ich jetzt nicht auf eine Map. Toi. Ich will grad, dass hier alle super gut sind. Und das... Nervt gerade bisschen. Nein. Aber ist ja auch egal. Oh, ich hab meinen Radar. Ich mach meine Arme an. Oh, blau ist wieder. The King of the Ring. Also, ich muss mich nochmal hier links bis zu schleichen. Sehr. Yes. Wir sind wieder. Wir sind wieder. Hey, 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 hey. Geil. Oh, schade. Tja. Was ist das? Level 100? 6? Huh? Hey, wir haben mich aber auch in Level 100 da. Ich schütze aber auch. Oh, Mann. Ja. Ja. Supergut. Ich baue vielleicht auch noch ein Spiel hier. Für unsere ganze Gruppe, wenn das ja auch überhaupt geht. was ist das? Also, von anderen. Das ist ganz viel. Also schlimm. Kann ich mich drüber führen. Was? Das hat wir denn? Was? Das hat uns scheint wohl nicht geschafft. Lauf da rein, bitte. Danke. Glück gehabt. Jetzt müssen wir nochmal gut einholen. Sonst haben wir verloren. Sonst haben wir verloren. Okay. Gut. Schneider. Oh nein! Wir haben uns sicherlich einholen. Seht ihr? Nein! Nein! Lauf! 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 Dieser. Lauf! Ich hab keine Ahnung, was damit ist. Ich glaub, ich kenn auch schon ein paar Tricks, hab ich schon auf Youtube gesehen. Hier gibt's einige Tricks auch. Man kann sich mal so durch die Häuser da durchschleichen. Das mach ich jetzt glaub ich auch. Yes! Hä? Wir brauchen mal kurz die Pause. Hier bin ich gut. Oh nein! Hä? Was ist du da? Okay. Hm? Ach, da oben. Niemand schafft es vor mir wegzulaufen. Wirklich. Au. Genau. Thank you. Mejab dich wieder. Ich höre gleich mit 9. Hm. Oh. Come on. Hm. Oh. Hm. Oh. 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 Oh, schade. Oh, das ist ja kaputt. Oh, das ist ja kaputt. Oh, schade. Oh, schade. Oh, schade. Oh, schade. Oh, schade. Ich bin einfach nicht, traurig. Oh, das ist weg. Ich dachte. Ah, das muss ich wiederholen. Eeeh! Pssst! Eeeh, nein. Wunder, dass ich noch da bin. Bingo. Eeeh. Eeeh, nein. Ja, das ist ein Kahn. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Himmel 51. Yeah. Und. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Ich hab dich. Den will ich noch. Ich hab dich! Boah, schade. Ich dachte, ich kann ihn reingletschen. Scheint wohl nicht. Aber ist ja auch egal. So. Welche Map kommt? Oh, nee, nicht schon. Okay, dann machen wir's. Dann nehmen wir das, was wir als erstes hatten. Aber ist ja auch egal. So, los geht's! Und welches... Ach so, die sind irgendwie mal aufgeregt. Ist ja auch egal. Und nee, schon wieder die... ...weine Wicht. Das ist ja auch egal. Ich würde sagen, wir beenden das Video. Und tschau! Das ist ja auch egal. Das ist ja egal.